Ja, liebe Jübertreunde, Bauerhause am Kartoffelroben, auf seinem Film. Aber das Wetter ist nicht gut, es regnet leicht. Es ist jetzt um 14, 12 Uhr, wir stoppen, gehen Mittagessen. Und beim nächsten Maschinenringmitglied, der hat mir telefoniert und hat gesagt, er will nicht, wenn es regnet. Also werde ich da Maschine reinigen, am Nachmittag schmieren, reinigen und wieder stark klar machen für morgen. Morgen ist das Wetter besser angesagt. Irgendwo ist da ein Stein, der quietscht. Ich höre es im Monitor, wie jetzt im Monitorinkau hinter, auf der Maschine sind sie froh, wenn wir da stoppen können. Ja, bei Regen, Kartoffelroben, das ist nicht das Beste. Aber morgen war es noch trocken und der Regen ist halt gekommen, wie vorher gesagt. Ja, gut, jetzt haben wir gleichwohl das Feld angerodet, in der Mitte geteilt und doch schon, ja, so 10, 16, Ja, und jetzt macht es vielleicht noch einmal 7 Ballons, ja, 20 kleine Boxen haben wir da gefüllt für den Mund. Ja. 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 Ja.